Hallo Leute, seht ihr dieses Wasser? Das ist ein See. Ja, das ist ein kleiner See oder ein großer See. Und was sehr interessant ist, ihr kennt doch das Wort Boden. Hier, da ist der Boden. Wie nennt man den Boden in einem See oder in einem Meer? Das hat einen anderen Namen. Wir sagen nicht der Boden. Wir sagen der Grund. Der Grund, ja. Zum Beispiel, ich kann sagen, hey, ich kann den Grund sehen. Das Wasser ist so klar, ich kann den Grund sehen. Der Grund und der Boden. Ciao, ciao.